Hallo liebe Freunde und herzlich Willkommen zurück zu VALNEAR ROCK und wir sind jetzt mittlerweile über die Brücke des Todes gegangen. Der Benni ist noch mal 5 Millionen Mal gestorben und jetzt haben wir uns mal eben kurz versammelt, denn wir sind ja auf dem Weg zu den Trollen und mal gucken, wo die denn lauern, ich weiß es nicht, aber ich bin gespannt, ich bin gespannt, ich freue mich und natürlich dabei der Dennis, der Benni und der VALLE. Wer schießt denn da mit dem Bogen? Zusammen sind wir, die Brachenzungen. Wer schießt da mit dem Bogen? Brachenzungen. Ein böser. Wie? Ein böser Bube. Ich leg dich gleich auf mein Knie. Der Currywurstel. Ja, dann ist ja alles gut, ey. Ja, macht euch keine Sorgen, Männer. Ich könnte den Curry, glaube ich, komplett mit meinem Spielcharakter als Gürtel tragen, so lange wie der ist. Der könnte dich eher als Gürtel tragen. Der Gürtel wäre aber breiter als du. Ja, ja. Habt ihr genug gegessen und getrunken, Freunde? Ja, ja. Ich hab mir extra heute noch von der Mutti so ein Provianzpaket einpacken lassen. Wie hieß das nochmal, Leute? Ganz im Ernst, früher gab es immer so ein... Was ist das? Alter! Oh mein Gott, was darfst du denn? Tobi, na Tobi! Alter, wie crazy! Boah! Alter! Oh, bringt euch jetzt nicht ein! Oh Gott! Wer ist denn so wahnsinnig? Ey, der hat in seine Hose gekackt! Wo ist der Gartian? Boah, der hat den Bene gated. Ey, der hat mich immer noch getroffen, so weit weg. Ja, irgendwas stimmt gar nicht. Alter! Mach's dir kalt, du Bastard! Komm her! Ich hab ihn getroffen! Alter Schwede! Oh, hab keine Pfeile! Oh, hab keine Pfeile! Die haben einfach eine mega Reichweite, weil der voll groß... Boah, ich renn weg! Ah, Alter! Nein, ich bin tot! Niedergestreckt! Alter, das geht so schnell, Mann! Die sind so krass! Renn weg! Da unten! Was ist denn mit denen? Träfft ihr nicht, oder? Doch, jetzt! Boah, Alter! Der ist aber heftig drauf! Boah, der hat mich jetzt noch erwischt! Ey, wer hat denn eine Pfeile in den Arsch geschossen? Dann bin ich, Alter! Du hast dann eins zu eins in den Mittag getroffen, Alter! Und genau! Hey, was... Nein, der kommt zu mir! Verpiss dich! BAM! Boah! Gute Rolle! Ich hab keine Pfeile mehr, Mann! Ja, komm, Alter, pass auf! Auf dieses Gebäude gehen ist gut! Wir brauchen Pfeile, unbedingt! Pfeile, Leute! Pfeile, Pfeile, Pfeile! Das Gebäude ist doch nur dazu da, um den Troll zu töten, oder? Ja, ja! Guck mal, der hängt da drin! Der hängt da drin! Ich glaub, jetzt können wir ihn vielleicht treffen müssen! Könnt ich den jetzt hauen? Oh, ne, 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 ne! Vorsicht! Der trifft dich! Der ist zu gut! Lock dich mal wieder da weg! Triff mich nicht! Damit wir hochgehen können! Der trifft dich nicht! Warte mal! Dann probieren wir das jetzt! Warte mal! Aber ich trabe ihn auch nicht, glaub ich, oder? Ne, du triffst ihn nicht! Wie soll ich denn da hochkommen? Pass auf! Ich geh ein bisschen weiter weg wieder! Und ich zieh wieder Pfeile drauf! Alter, das wird ja ein Pfeile jetzt hier gegen den! So! Die Hütte, die Hütte hat er wahrscheinlich selber gebaut! Jetzt müsst ihr Pfeile nehmen! Jetzt müsst ihr ihr Pfeile nehmen! Ja, ja, ich bin unterwegs! Ich hab aber keine Pfeile! Ich muss mir erst welche machen! Ich hab aber noch so beschissene Steinpfeile halt! Ne, die sind halt echt mau! Ja, ja, aber es geht nicht anders gerade! Oh! Ich hab gar keinen Bogen mehr! Haltet! Haltet die Drecksau hin! Ich weiß es nicht! Kann sein! Der ist da eingeklemmt irgendwie, ne? Oh! Warte, warte, warte! Den ist halt durch, ey! Den ist halt weg, renn weg, renn weg! Okay, der ist jetzt da raus! Okay, jetzt ist da der wem anders her, der da oben ist! Okay, jetzt kommt er vielleicht... Oh, der schlägt da auf den Benni! Der steht da ganz gut platziert! Da kriegt der dich nicht! Kann ich jetzt vor dir voll abschießen! Kann ihn leider auch nicht treffen, aber... Durch Wände kann man nicht schlagen! Okay, ich mach Pfeile! Ähm... Ja gut, das ist logisch! Ja! Aber solange der da steht... Aber ich mach dem Schaden mal so viel Schaden, dass du den mehr an... Also gar keinen Schaden, so! Weißt du? Ja! Mit diesen Steinpfeilen, das ist ein Witz! Das nimmt der... Das ist wie ein Mückenstich für den! Da muss ich schon mit meinem Kriegshammer jetzt draufzumachen! Da willst du mich verarschen! 16 Pfeile! 16! Uwe, der ist übelst brutal! Mit seiner Pimmelnase da! Guckt er den an! Jetzt sind alle wegballern! Alle wegballern, Leute! Weiß mal auf das Eisenerz hier gerade! Tee draufschlagen! Soviel geht! Und dann immer wegrennen! So drei Schläge oder zwei, drei Schläge und dann abhauen von dem! Jetzt wegrennen! Genau! Da jetzt hin! Verdammt! Wartet auf eure Ausdauer! Lass sie nicht komplett leer! Dass ihr noch so ein Reich zum wegrennen habt immer! Weißt du? Ich glaube, das ist eine Wohnung! Kann das sein? Ne, das hat jemand gebaut, um den jagen zu können! Wahrscheinlich besser! Das hier ist auf jeden Fall seine Höhle! Oder seine Wohnung oder was auch immer! Hier haben wir den gut gerade! Ne! Guter Arschtritt! Hier stehen Betten! Oh! Verdammt! Alter! Wenn der ja den Boden stammt! Baller den weg! Baller den weg! Baller den weg! Okay! Der ist verdammt stark! Dieser Troi! Alter! Ich bin auf einmal umgekippt! Wow! Der kann den Boden zum Beben bringen! Oh! Oh! Ausgewichen! Verdammt! Okay! Komm wieder Freunde! Keine Frage! Boah! Das war eine knappe Kiste ey! Okay! Woher geht auch nicht? Nehmen wir die restlichen Pfeile, die ich irgendwie habe! Ey, den können wir doch nicht kaputt machen den Macker! Doch! Den kriegen wir hin! Ich hab wieder keine Pfeile mehr! Ja, die Pfeile sind halt scheiße! Die ich hab! Da musst du den Bogen auch komplett durchziehen! Am besten! Damit der möglichst viel Schaden macht! Echt? Macht das überhaupt nen Unterschied? Boah! Boah! Benni, du, ich glaub du gehst jetzt auch drauf! Ja! Boah! Das ist geil! Weg, 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 weg! Alter, Benni, geh! Geh! Ja! Und da kommt dir so ein nackter Mann! Das ist nicht stark ey! Benni, geht auf Dennis! Dennis! Auf! Ich hab nicht für nur... 47 Leben! Krass, ja! Zeig dem Arsch! Ich will mir nen Stock machen! Ich will mir noch Stocker machen! Also ich brauch noch Stocker! Okay, Dennis, lauf! Ja, Mann! Alter, lauf! Geh da hoch! Der rennt den nackt durch den Wald ey! Oh, das ist aber schon der frische Schenkel der Mann! Ich glaub, er hat mich oder dich Curry... Mal gucken! Oh, der hat auf mich geschossen, ja! Oh Mann, Alter! Wie viel hält der aus? Ich hab den bestimmt schon 30 Pfeile reingesappt! Fuck, fuck, fuck! Boah! Alter! Boah, der ist richtig stark ey! Kannst die Pfeile einfach durchsprayen, Balle! Wo geht der hin? Fuck! Ich hab keine Pfeile mehr! Ich hatte sogar dem grad nen Silberpfeil reingeballert! Von Silbi? Ja! Alter! Jetzt hab ich auch wenigstens wieder Energie dem Ende gegeben zu können! In den Arsch! In den Arsch! Der hängt! Ich krieg ihn! Ich mach ihn fertig, Mann! Jetzt aber! Kommt drauf! Alles was ihr habt! Steuerung! Alle Attacken! Der ist gerade... Ja, inzwischen den Balken! Mann, ist der! Ich steck jetzt in seinem Arsch! Ja, Mann! Iiiiihihi! Ey, was ist mit dem? Ja, ich weiß auch nicht! Keine Ahnung! Hä? Komm, ich mach den kalt, Leute! Das ist unser... unser Opfer jetzt hier! Ja, Mann! Ich komme! Wie viel hält der denn aus? Das kann doch nicht sein! Alter! Nein! Oh Gott! Alter! Ich bin so gut wie tot! Leute, geht weg! Wir wurden leichtsinnig! Alter weg! Der ist wieder raus! Der ist wieder raus! Das war ein Komboangriff, Leute! Boah, Alter! Der ist so stark! Der ist mir hinterher! Oh! Oh oh! Ich hab keine Pfeile mehr! Okay, pass auf! Ich mach die Strategie! Kurz angreifen! Kurz angreifen! Tag! Verdammt! Okay, weglaufen! Alter! Ohne Witz! Das irgendwie... Wenn der auf dem Boden stammt, bei dem so eine Verzögerung, ne? Hab ich das Gefühl! Oder ist das... Der Server leckt ein bisschen! Ja, das ist ein bisschen verzögert, der Schaden! Mhm! Okay, pass auf! Warte, die Pfeile! 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 Ich hab keine mehr! Muss gleich erstmal Bomben fällen! Alter, wie es wir dem reingeteufelt haben! Nein! Boah! Nein! Weg da, weg da, weg da! Oh Gott! Nein! Der Baum! Ich hab's auf Chip gedrückt! Geh da weg, geh da weg! Ich hab's auf Chip gedrückt! Geh, geh, geh! Geh, geh! Wenn du's Einrast-Taste erlassen! Ja, ja, ja! Der ist im Boss fein, aber wenn du's Einrast-Taste erlassen! Ey, bitte nenn die Folge, wenn du's Einrast-Taste ohne Witz erlassen! Also es ist drin, es ist in der Folge! Aber du hast schon überlebt! Ich hab' überlebt, Alter! Ich hab' mit der Tastatur dann nach links und dann... Nein! Junge, du musst auf dem Summler einfach die Shift-Taste reinmachen! Oh, ey! Die Einrast-Taste im Kampf gegen Megatroll, Alter! Richtig! Das ist die Geheimwaffe, Mann! Hey, weiter geht's! Was macht er jetzt? Jetzt setzt er sich wieder da hin und hängt gleich! Ja, er muss kacken! Nicht, dass er sich direkt, ey! Ja, nicht, dass er da ein neues Leben kriegt jedes Mal! Oh, verdammt! Oh, verdammt! Jetzt bin ich da! Das war's! Oh, oh! Leute, was... Boah! Boah! Was war das denn? Alter, es ist ja ein Nachtbiss bei dem Plattern! Das ist echt so! Wow! Alter, wie der immer auf einen zustirmt, Mann! Wir dürfen den nicht da hin zurücklassen, glaube ich! Ey, ich muss auch Pfeile produzieren, der Curry hat recht! Aber diese Steinpfeile sind scheiße! Haben wir noch Eisen irgendwo? Nee! Nee! Aber das ist auch... Die Pfeile sind... Die sind auch sehr teuer zu produzieren! Boah! Warte, was ist, wenn wir denn so Eisenhelme eigentlich zerlegen? Das hätten wir mal machen sollen! Dann haben wir Eisen! Wir hätten mal die Helme mitnehmen sollen, die einfach zerlegen! Aha! Ich hab noch voll viele Sachen! Ja, zerlegt die mal und dann könnt ihr vielleicht Pfeile basteln! Ich brauch aber auch... Stein! Nein! Ich hab noch einen Bogen für dich, Benni! Sehe ich gerade! Keine Weile mehr! Fuck, Alter! Guck mal hier! Ich hab Bögen hier noch! Ich bin hier hinten! Ja, ich zerlege gerade ein bisschen was! Hier an der Straße! Siehst du mich? Ja! Ich muss wieder dahin! Hier! Hier vorne! Dreh dich um! Dreh dich um! Andere Richtung! Andere Richtung! Der Schwede, Mann! Hier hin! Sollen wir den denn kalt machen, Leute? Den können wir nicht kalt machen! Weiß ich nicht! Ich hab keine Ahnung! Doch, den kriegen wir hin! Wo ist der denn, Alter? Hier beim Haus! Unter dir, glaub ich, Karin! Noll! Kann ja gar nichts machen! Nichts wieder regeneriert hat, als er da zurückgegangen ist, weißt du? Ist natürlich tragisch! Der ist hier drin wieder! Warte mal! Was denn, wenn wir jetzt hier von hier angreifen? Wir brauchen halt Pfeile! Das ist ja gut! Ja! 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 Und er hat eine Bandage, Leute! Eine Bandage! Nein! Weg gibst du alles her! Was war da drin? Der lügt! Ich will nur die Pfeile! Ich will nur die Pfeile! Beide! Ich will auch Pfeile, Alter! Sag doch mal, was da drin war! Ey, mein... Ah, der Brillenhelm ist geil! Ja, der ist cool! Leute, ey, guck mal, ne Stiefel an, Junge! Wie fleisch da drin ist! Wuuuuh! Geil! Sexy Mann! Der nimmt alles weg, ey! Ja, echt! Du Drecksau, du! Du Drecksau! Immer auf die Kleinen! Der hat die ganzen Pfeile! Du bist ein Drecksau! Ich hab die nicht! Wie viele waren da drin, ey? Warte, ich kann die aufteilen, warte! Aber er sagt, ich nicht, ne? Wie viele waren da drin, in dem? 35! Warum hat der Pfeile gegessen? Danke, Alter! Da waren wahrscheinlich die Pfeile von uns! Ja, das sind die Pfeile von uns gewesen, klar! Weil die die wieder in dem drin gesteckt haben! Okay! Wir haben's geschafft, Leute! Wir haben den megatrollen! Der Windus Eintrasskastelzahn gestört, ey! Ja, ey, der mega geil, oder? Ja, dann würde ich mal sagen, ziehen wir jetzt mal ein bisschen nach Norden noch, oder? Oh! Auf der Insel hier! Ja, wir können ja nachher... Nach Anford? Ja, Anford! Oh, den Käse nehm ich mit hier, warte, pass auf! Käse ist immer gut, ne? Let's go, mit der Reise! Boah, haben wir den Troll vernichtet, Alter! Wir haben ihn vernichtet, ey! Ja, wortwörtlich, ey! Das war auch richtig... Das war zerschmetternd, ey! Der hatte nicht eine Chance! Ja, überhaupt nicht! Der war zerberstet von uns! Der ist einfach in der Luft explodiert, ey! Oh, schön! Ja, kann man so sagen, ne? Oder? Ja, kann man so sagen! Jetzt erzähl mal meine Trolltöter-Geschichte! Ey, was ist das denn hier? Ey! Was? Jeder ist ein Kind! Warte, was habt ihr denn hier fabriziert, also? Ja, keine Ahnung, du musst dich im Blick da fragen! Hier hat jemand seine Tampons vergessen! Ich bin's nicht... Ich war hier selber doch nie! Jetzt hab ich seine Tampons vergessen! Loot! Hä? Wuuu! Hä? Der Benni, der bringt immer einen... Aber wie hackt der Server heute ein bisschen? Der Benni ist heute am Start, du, ne? Ach, da bist du ja drinnen! Klar war er, klar! Ist ja Benni! Du brauchst nicht mehr reingehen! Ne, wir wollten nicht mehr reingehen! Wer hat denn Pfeile gefunden? Oh Gott, das vergiftet das Wasser! Was? Scheiße, Mann! Ich hab hier am Boden getrunken! Und das vergiftet! Da liegt auch wieder ne Leiche! Warte mal, was war das nochmal? Du brauchst ein... Medizin brauchst du! Ja, kann nicht produzieren, zum Glück! Hab ich alles! Alter, der hat alles, Mann! Der ist wie so ein... Der Wall ist die Ratiofarm-Zwillinge! Der hat alles immer dabei! Alter, das war jetzt so eine fiese Geschichte! Man schaust das Inventory auch neu! Wollen wir nicht einfach Gift trinken, ey? Bist so wahnsinnig! Leute, ich lad euch alle mal ne Bar ein! Kommt mal rein! Jetzt hab ich natürlich die Zeit vergessen, hier alles leer zu looten, während ihr das schon gemacht habt! Hier drüben, Curry! Nehmen Sie Platz! An der langen Tafel! Wir haben ja lecker Speisen für Sie! Hier geht's sogar nach oben! Wo denn? Alter! Hä? Die Megakiste! Die Megakiste! Nein! Goldene Schwert und so! Ey! Ich hab euch verarscht! Ne, ne, ich hab aber ein paar Armschienen bekommen, tatsächlich, und Pfeile! Super, Walle, das freut mich! Kann man hier eigentlich auch Granaten werfen oder so? Ich hab immerhin jetzt 83 Rüstung, Freunde! Ja, siehst du mal, du bist ja ein richtiger King, du! Ich hab 210! Ich hab's ja gar nichts! Ey, du hast 210 Rüstung! Mein neuer Brillenhelm! Mein neuer Brillenhelm, ja! Guck mal her! Als ob du 210 Rüstung hast! Ja! Rüstung 210! Ach, Quatsch! Den Unterleben, oder nicht? Ja! Ja! Rüstung 210, Schaden 4120! Genau! Ja, auf jeden Fall! Du bist dein Millipotent, ey! Haust du einmal den Troll, der fliegt da weg! Fliegt oben auf den Berg drauf, ey! Oh, den ballert ich kurz, hast du gehört? Aha, mhm! Okay, ich geh weiter, komm! Ey, Benni, was ist denn jetzt los, ey? Ich loote lieber die große Stadt! Ja, wir werden weiter! Welche große Stadt? Wir haben Norden, da gibt's ja noch was! Ach, echt? Okay, auf geht's, Mann! Nimm dir beide in die Hand und renn wie ein Spitzabunde! Oh Gott, aber hier ist eine riesige Spielerstadt! Oha! Von den blauen Bergen kommen wir! Oh nein, ich bin hier runtergefallen, wie dumm muss man sein, ey! Oh nein, bitte nicht! Es geht nicht vorbei! Äh, was ist das denn jetzt? Hä? Hä? Oh Gott, ich hoffe, ich komm hier wieder hoch! Ernsthaft? Ernsthaft, die haben jetzt einfach abgesperrt, oder was? Ja, das sehen in ihrer Stadt! Äh, laufen wir halt hier oben einfach drüber! Ja! Ihr müsst ein bisschen warten, weil ich bin dumm runtergestürzt, wie so neins! Ja, wir suchen einen Weg! Geht der Berg bei euch aus? Ich muss jetzt auch nochmal in die Ortschaft zurück! Naja, Walle, wir warten auf dich! Oh nein! Das ist ein toller Zaun, den die hier gebaut haben! Hab ich hier grad nen Troll gehört? Nein! Ich bin drin, Leute! Ich bin nur ne Ziege! Bin ich sicher! Ja, du sollst ja nicht rein! Nicht? Du bist drin! Jetzt kommst du doch gar nicht mehr raus! Boah! Doch, durchs Wasser! Und? Was gibt's da so, hä? Hahaha! Schwer schon, Mann! Äh, in die Kisten kommst du ja nicht ran! Ja, wenn du meinst! Ich hab Schlüssel, Universalschlüssel bekommen! Ich hab Schlüssel, Alter! Sein Vater ist Hausmeister Krause, ey! Hahaha! Der Facility Manager aus GTA, Junge, Alter! Der Manager! Boah, Alter, wie steil! Aber wie geil, Alter! Du kannst ja voll Wegzoll verlangen! Wegzoll! Ja, okay! Kommt der toll vorbei, der wird passieren, weißt du! Hallo, Moin, David durch! Ja, Moment! Also, man kommt schon am Berg rum, ne? Habt ihr das gemacht? Ja! Ich bin jetzt auf der anderen Seite, ja! Oh nein! Ich bin in die Spielerstadt gejobbt! Ja, du kannst unten am Wasser runter, Walle! Achso, ich bin auf der anderen Seite da lang! Ja, du kannst dann da, da ist wieder so ein Weg nach oben! Wie kann man hier aber auch irgendwo rüberspringen? Wow! Ne, da nicht! Wo seid ihr denn jetzt, Curry? Wir sind hinter der Spielerstadt, also über den Weg wieder entlang weiter! Ach, Alter! Die haben ja voll die geile... Boah, die haben ja mega! Das sieht ja richtig krass aus! Habt ihr das mal euch angeguckt? Ne! Wart ihr mal da drinnen? Ne! Ne! Boah! Ich war da schon drin, ja! Ich fand's jetzt cool, ja! Warte mal! Ich hab hier Schloss knacken! Also vom Baustil her sieht das halt mega cool aus! Das Gute ist, ich kann auch alle Türen öffnen! Hä, was? Was? Schloss knacken! Als ob! Wie? Hast du ihn nicht gesehen? Oh, der Walle, der hat hier magische Kräfte, Leute! Ja, der Walle, der kann ja auch... Der kann ja auch... Der will auch mal kurz abheben und fliegen! Wollt ihr mal reinschauen? Ne, gute Stube! Zeig euch! Komm, wir gucken uns dein Häuschen mal an! Guck dir erst was machen! Lass mal einfach eine Tür... Guck mal hier! Der Walle hat nämlich in der Kiste doch was geiles gefunden! Ja, ja! Das ist der Schloss knacken! Warte! Beim Walle war auch mal ganz kurz so ein Schlitz drin! Boah! Guck mal zu! Lass Benni draußen! Ey! Der will immer looten! Lass sie draußen da! Alter, das Haus sieht aber mega cool aus! Ja, mega geil gemacht, ne! Wir gehen jetzt hier auch nur rein! Boah! Owner Shadow Warrior, Alter! Shadow Warriors, ja! Die sind schon richtig krass hier! Guckt euch das mal an! Schau mal auf, da die Tür! Bruder von Ninja Warrior, Alter! Schau mal auf die Tür da, Walle! Komm! Machst das Schloss knacken! Okay! Das geht natürlich, weil das ein GM Account ist, kann ich hier Türen öffnen und so! Boah! Aber wir machen keine Kiste, wir klauen da nichts! Wir können ja gar nicht ran! Ey, ich kann da dran! Ey, was ist jetzt los? Wollen wir einfach warten, bis sie kommen! Die haben die Tür auf und stehen mal jetzt rennen, so weiß! Hallo! Okay, mach mal auf, Walle, komm! Nee, mach aber nicht! Ey, nicht die Kiste, die Tür hier! Achso! Dann müsst ihr ja wissen, wo es weitergeht, Mann! Wollt ihr, dass euch alles ankommen? Nur einmal kurz! Geheim im Pornokeller, Alter! Ich sag das hier! Vom Stevie, Alter! Was? Bei Stevie? Weiß ich auch nicht! Ey, drück zu! Oh, nice! Guck mal, ey, was ist das denn? Voll schön, ne? Oh, guck mal, ey! Nice! Mach mal hier oben auf, Walle, die Tür! Komm mal hier oben auf, Walle, komm! Tür auf da oben, da! Ey, wir müssen die Tür noch wieder zumachen nachher, Alter! Das ist nicht gut! Ne, ist doch egal! Doch, wir verändern beim Raid eine Strategie! Das ist nicht gut! Wir müssen gleich alle wieder zumachen! Walle, was ist los? Ey, ich muss ja, ich meine, ihr geht da so lange, dass man gar nicht vorbeikommt! Mach hier auf, komm! Mach mal auf da, die Tür, Alter! Voll geil, ey! Aber echt cool gemacht, ne? Muss nur sagen! Mach mal die Tür auf da! Warte mal auf hier, komm mal hier auf! Boah, bis ich dich da durchgeradet hast! Jawoll! Nice! Mach mal die Tür auf hier oben, ach so, schau auf! Boah! Boah! Jetzt machen wir alles kaputt! Boah! Boah, das View, Alter! Guck mal hier oben! Boah! Boah, ich bin der Wikinger, ey! Guck mal hier drüben, Leute! Oh, 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 oh! Ey, Leute! Wir haben geradet, Alter, geil! Wenn ihr das Haus, wenn ihr ein Video hier findet, das ist unser Haus jetzt! Ah! Was? Okay, wollen wir weiter? Ja! Aber ich schaffe mit dem Kickflip hier runter zu springen, ey! Ich probier's! Oh! Ich hab's geschafft! Alter! Ich mach's auch, Alter! Challenge, okay? Ihr müsst über den Zaun springen, komm! Nice! Hab's geschafft! Aua! Wo ist Walle? Ja! Der macht noch alle Türen zu! Ich hab die ganzen Türen geschlossen! Sieh doch, gleich ist aber mal Drache, sowas! So! Wartet mal! Äh! Äh! Nee, das geht nicht, oder? Äh! Okay, Tür ist offen! Kommt ihr runter? Wie geil das wäre! Hä, wir sind schon draußen! Ach, ihr seid schon wieder draußen! Geil das wäre, wenn wir irgendwann so Wehrwölfe sein könnten und dann so rumrennen könnten, weißt du? Ja, Mann! Wir müssen eigentlich die nächste Folge... Nee, die Frage ist natürlich, warum kann ich die Türen hier offen? Das liegt daran, äh, dass es ein Account, ein Game Master Account ist, also ich hab hier Game Master Recht in dem Spiel. Deswegen kann ich alle Sachen öffnen, nur um's mal zu erklären kurz. Äh, ich nutze das natürlich nicht... Deswegen legt euch lieber nicht mit uns an! Ja, Alter, der macht euch ganz klein, so wie ich! Ja, theoretisch kann ich auch einen God-Mode anmachen, das nutzen wir natürlich nicht im Let's Play oder so, weil das einfach dämlich wäre. Wir wollen das ja spielen, wie es spielbar ist auch. Aber, in Kürze machen wir die Event-Folgen, ja? Wir können euch schon mal drauf vorbereiten, weil... Ist es da auch möglich, dann zum Beispiel als Werwolf hier rum zu rennen? Wahrscheinlich nicht, ne? Nee, aber ich kann Werwölfe einfach mal spawnen lassen. Das wär geil, Alter! Stell dir vor, wir würden so Werwölfe sein, dann können... Stell dir mal einen Drache hier hin! Komm, einfach mal so zum Gucken! Nee, mach mal jetzt! Einfach mal so zum Gucken! Wie auf dem Passage! Wir haben gerade so den Treu, wir haben gerade noch den Treu gezeigt. Das machen wir mal in einer der nächsten Folgen oder so. Oh, schöne Brücke hier! Bei irgendeiner Event-Folge irgendwie eine Stadt-Spielerstadt angreifen mit einem Drachen wäre geil. Ja, alle, die ganzen Leute... Lass den einfach da reinstellen und dann gehen wir... Wo die Leute dann irgendwie zwei Wochen dran gebaut haben. Ja, genau, die selte ich dann alle nieder. Stell dir einfach da einfach so einen Drachen rein, weil... Daenerys Targaryen-Style, Alter! Ja, genau. So, wie weit ist es denn noch? Können wir eigentlich da oben auf den Berg noch raus? Pass da! Ich weiß es nicht, das wäre geil, Alter! Ey, was ist das denn da oben für den Platt kommen? Da hat jemand einen Helikopter-Landeplatz gebaut, Alter! Ja, ne? Mega! Kommt! Geil! Oder was ist das? Hä, was ist das? Da ist ein Turm? Wollen wir mal Tür auf! Wollen wir mal Tür auf! Wollen wir mal Tür auf! Gucken wir uns von da oben an! Nee! Blitzerbleiter! So ein Turm halt! Oh, hier ist noch mal so eine Troll-Vorrichtung, oder? Nein! Da ist ein Troll! Da ist ein Troll! RavensArc ist hier! Aha! Oh nein! Ich glaube, die kenne ich die Jungs von RavensArc! Hier ist ein Troll, Leute! Oh mein Gott! Liebe Grüße! Ach ja! Was ist denn RavensArc? Was ist RavensArc? Boah, ey, das ist doch bestimmt der Siegort und so! So, die werden doch... Glaub ich auch! Die werden doch immer gespielt! Ja, liebe Grüße an der Stelle! Alter, da hat der aber viel gezockt, Mann! Wer ist der RavensArc? Da haben die... Du meinst, der Tommi ist auch dabei? Vielleicht! Ey, was ist denn hier los gerade? Der Tommi hat auch die Onki vom Spiel! Und es kann sein, dass... Und sonst hast du Klauze über die, oder? Der Tommi, der Tumfamilien, Tommi D'Angelo ist, glaube ich, mitunter da dran gebaut. Ach so! Da erst recht, die Türen alle aufzumachen, oder? Boah, da hat der Siegort aber richtig Gas gegeben, Alter! Vor allem hier oben in Onki ja schon! Ich will nur sagen, da vollstehen Troll, ne? Interessiert mich den Scheiß! Ja, der Troll! Rennen wir dran vorbei, jetzt! Okay, auf geht's! Nein! Wir rennen wirklich durch! Lalalalalalalalalalala! Ab da! Alalalalalalalalala! Alalalalong! Alalalalalalong! Da ist sie! Da ist die Stadt! Anfort! 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 Die Kist gehöre mir! Eieieieiei! Warte erst mal, die ist doch besiedelt! Das ist so ne... Echt? Ne! Oder? Da würde ich aber nicht wohnen wollen, wenn der Troll in dem Haus da... Doch, da hab ich doch Bock drauf, ey! Das ist ne toter Skelett am Grund! Boah, das war mal ne tolle, tolle, tolle Stadt! Die Skelette sind meistens tot! Ach, das kommt wahrscheinlich erst! Aber die hält dann auch die Kiste fest, also die Dings... Also die ist gut bewacht, ey! Boah, guck mal hier, ey! Boah! Wie die Sonne da jetzt so drüber strahlt! Über die Klippen von Anfort! Aber Hühnchen haben überlebt! Die Hühnchen haben die Stadt übernommen, ey! Ja! Chicken-Down-Ala! Boah! Boah! Ist aber geil, wie hier die Sonne untergeht und so, ne? Boah! Hier hängt jemand! Boah! Das ist aber richtig geil! Können wir mal ein Foto machen? Als Souvenir so? Das ist halt ne Postkarte, Postkarte! Boah! Boah! Der hat sich auf mich abschützt! Ohne Dreck-Sau! Ne, ne! Ne, ne! Der hat alle Kisten schon mit einem Blick durch, ey! Das Problem ist, hier war schon jemand, glaub ich! Ja! Boah, heute hab ich gefunden! Alter, ich will da mal oben auf die Sahnespitze drauf! Das wär geil! Die Sahnespitze! Guck mal, wie spitz der ist! Sahnespitze, Alter! Junge, der ist richtig im Tunnel drin, der Junge, ne? Hallo! Bitte nicht einklemmen hier! So! Oh, was ne Aussicht! Wunderbar! Seid ihr ganz oben? Ne! Ne! Wir sind vorne an der Mauer, wo die Sonne untergeht! Ja, das sieht richtig geil aus, ne? Voll schön! Aber schießt doch hier! Habt ihr das gehört? Was? Nein! Da war doch ein Geräusch gerade! So ein... Boah, ich muss ja ne Fackel bauen, ey! Das macht so keinen Sinn! Danke! Was war denn nochmal das Rezept für ne Fackel? Stockel und, äh, Kohle, glaub ich! Wie war ein Stück? Oder ein Stoffhetzen! Ey, wenn ich immer hochgebe, fall ich immer wieder runter! Ja, du bist zu klein für die Sprossen! Eigentlich mal Licht hier! Ja wunderbar, Valentin! Das ist ja wunderschön, ey! Ey, der Valentin, der hat einfach das Rezept raus! Wie komm ich denn hier hoch, die Leiter? Einfach... Du musst, äh, fünfmal, äh, die Shift-Taste drücken! Hm? Ohne Fackel nur! Ohne Fackel und dann hüpfen! Zack! Ich bin nur... Ich bin nur an der Seite lang, glaub ich! Das ist einfacher! Oh, Leute, guck mal diese Ferne! Da ist einfach der Tod dahinten! Der Lungert dahinten, Leute! Wenn wir da hingehen, sind wir alle direkt zerfleischt! Von der dunklen... Oh! Dunkle Materie! Boah, schön! Hey, wo bin ich denn jetzt? Boah, wie? Boah, es ist verdammt dunkel hier, ey! Ich bin Zauberer! Es wird echt Nacht so! Da werden wir, würde ich mal sagen... Warten wir... Warten wir die Nacht nochmal ab hier, ne? Ja, ne? Und dann werden wir uns... Also es gibt natürlich hier noch viel zu entdecken, aber es kommt ja jetzt auch noch... Kommen ja auch noch superviele Inhalte! Deswegen, äh... Warten wir da nochmal ein bisschen ab, bevor wir weiter uns hier in die anderen Ländereien noch begeben werden! Ich würde sagen, wir widmen wir uns mal unserem Steinhaus! Oh, ja! Und, äh... Vielleicht... Harvesten und organisieren wir ja in der Zeit erstmal ein bisschen Utensilien! Ja? So Steine und so, das wird ja ewig dauern! Das wär schön! Und dann, äh... Bauen wir das Haus auf! Oder? Jawoll! Ja, klingt gut! Dann machen wir da noch eine Folge mit dem Häuschen und danach starten wir dann irgendwann auch mit den Event-Folgen durch! Aber erstmal... Morgen sehen wir uns wieder und vielleicht ist die nächste Folge auch schon da! Schau doch mal in der Beschreibung vorbei! Oder wo auch immer! Was war das denn? Was war das denn hier gerade? Das war der Drach! Na gut! Adios Amigos! Ciao! Bleh! 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 Amen! Bleh! 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 Bleh!